Wir von Klar Gebäudereinigung kümmern uns in Nürnberg um alle Aspekte von Hygiene und Sauberkeit in Ihrem Haus oder Büro. Sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich behandeln wir alle Oberflächen mit der erforderlichen Sorgfalt. Gerne übernehmen wir Ihre Gebäude- oder Büroreinigung. Dabei hat Zufriedenheit aller Kunden stets oberste Priorität. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne zu Ihren Anforderungen.